Heute im Mittelpunkt bei Schalke TV, Dennis Aogo. Natürlich auch für ihn die Frage des Tages, wie kommt man mit dieser Hitze klar? Es ist sowieso hart, die ersten paar Tage nach so einer langen Pause. Und jetzt das Wetter macht es natürlich nicht besser, aber wir haben lange genug Urlaub gehabt, jetzt sind wir sowieso zum Arbeiten da und deshalb vielleicht macht uns das noch einen Tick fitter. Und diese Fitness werden sie brauchen, nicht nur wegen des Wetters, sondern wegen des neuen Spielstiegs. André Breitenreiter forderte, hinten schnell rausspielen und vorne drauf gehen. Pressing, 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 das heißt für Dennis Aogo und Co. noch viel schwitzen in dieser Vorbereitung.